ein wunderschönen guten tag ihr hübschen und herzlich willkommen zur nächsten folge von und mit black squad auf der map storage die wir auch noch nicht hatten wo ich aber der meinung bin dass wir die map schon hatten das ist eigentlich eine relativ geile map bisschen vollgestellt bisschen verwinkelt und die beiden beziehungsweise das auf der einen seite hast du einen tunnel und auf der anderen seite kannst du im freien rumlaufen also ich weiß jetzt nicht welche seite ich bin ich glaube die seite war der tunnel die seite war frei oder umgedreht die kommen da oben dann raus oder wir können da oben auch rein der kollege der macht das ja schon ok bei fünf hat es dann nicht mehr geklappt aber es ist schon mal ein geiler rund start ohne nades ohne alles oh shit ja wow das ist nice und da oben ist dann der tunnel wo die leute eben alles und verlaufen ja du hast nichts mehr alter ja vielleicht mal doch draußen geblieben werden wir jetzt auch wieder ziehen schnelleren und dichteren weg zu denen in die base gibt es eigentlich auch gar nicht ja schade hätte ja klappen können ja ich habe jetzt keine nades mehr aaah verdammte axte ist das wieder hinter mir oh mein gosh ich dachte echt der gehört zu meinem team Ich dachte echt, der gehört zu meinem Team. Jetzt sind wir der gleiche Schicken, wasch? Fällt mir jetzt mal so spontan ein. Scheiße. Schon wieder Schee Burrash, habt ihr das gesehen? Das ist der einzige, der mich die ganze Zeit am töten ist. Das ist eine richtig geile Map, aber... Fällt auch sehr unübersichtlich. Ah! Scheissnade, ey. Und ich hab keine dabei, verdammt. Das war so ein bisschen Essen, wenn ich nicht dabei habe. Schon wieder Schee Burrash. Das ist der einzige, der mich hier kippt. Das gibt's auch gar nicht. Ah, schon wieder die Nate erwischt. Die Nades, die sind katastrophal hier, aber das ist egal. Das gehört auch dazu. Das hat nichts gebracht, ne? Das hat nichts gebracht, Kollege. In der Kopf. Ja. Ja, hat der jetzt gewartet, bis ich vorgucke, Alter. Ich glaub's nicht. Jetzt hab ich nicht drauf geachtet, wer das war. Ja. Ne, jetzt schmied ich mit 6, 20 HP. Beste draus machen. 6, 20 HP machen. Gar nix. Das war so schön gut. Schon wieder. Scheiße. Du hast schon wieder. Ist immer der gleiche. Aber wir sind in Führung. Ziemlich am abkacken. Mrs. Fick. Was ein interessanter Name. Mrs. Fick. Gottes Pups. Echt interessant. Mrs. Fick. Das war es doch schon gewesen. Wir haben die Runde gewonnen. Ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Meister der Scharfschützen. Und ja. Auch wenn ich negativ gespielt habe. Oder knapp negativ gespielt habe. War es trotzdem eine coole Runde. Ja vier Kills. Egal. Und ja. Wenn es euch gefallen hat. Liken, Teilen, Abonnieren, Kommentieren. Und so weiter. Und sofort. Ihr wisst Bescheid. Macht wie ihr denkt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Aufbelsäule. Auf Senschen. Aufräckchen.